Ja, es hat uns in den Burger King verschlagen, die Mystery Box. Oh yeah, sieht geil aus. Was könnte das dann? Crispy Chicken. Echt? Ne, keine Ahnung. Ne. Das Geil wäre jetzt so ein Chili Cheeseburger. Wieso hast du dich gleich eingeholt, dann fast ein Euro weniger als diese Mystery Box. Da war der Bigger. Oh, geil. Das ist einfach der Chili Cheeseburger. Crispy.